Hallo und willkommen zurück zu WoW Prelegion Event. Ruckling in Sturmwind. Yes indeed, wir sind in Sturmwind angekommen. Ich bin auf dem Moppet Richtung Jägerlehrer. Irgendwo waren hier Jägerlehrer und ich habe mir noch wieder so einen neuen Text abgeholt. Ähm, halt. Hier, genau, hier müssen wir hin. Hier waren Jägerlehrer. Ja, ähm. Wenn ich recht erinnern habe. Yo. Dude. 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 Haben sie die Jägerqueste entfernt? What? Gibt keine Level. Oh. Oh. What the fuck? Oder muss ich dafür noch nach Eisenschmiedern? Das macht ja keinen Sinn. Hm. Ist ja doof. Das ist ja doof. Ähm. Hm. Okay, gut. Dann können wir wieder in Dungeon anmelden. Wenn es die gar nicht mehr gibt, die Klassenquests. So. Dann können wir gleich noch ins Bankfach gehen und wieder ein paar Sachen droppen. Sind wir das Elend? Ach, ich weiß nicht. Hm. Ich gehe da lieber... Halt. Postfach. Ich gehe denn da lieber... Äh. Ich gehe denn da lieber... Sag schnell, äh, nach Winterspring. Oder? Hallo. Hm. Ah. Was machen wir denn da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, dann müssen wir mal verkaufen. Ähm. In welche Zone gehen wir? Äh. Entscheidung, Entscheidung. Möchtet ihr was besonderes kaufen? Pff. Können ja mal Hunter-Glyphen gucken, auch wenn ich es mir sehr wahrscheinlich nicht leisten kann. Äh. 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 Suchen. Kleine Proportion verringert die Größe eures Tieres ein wenig. Die sind doch schon so verdammt klein. Wow. Eine Glüphel nur. Wahnsinn. Was ein Rotz. Äh. 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 Was schlägt er denn vor? Winter, Kölner, Goro, Sünfe des Elends. Von den Sünfe des Elends könnte man dann aber eigentlich noch in die verwüsteten Länder gehen. Während wenn man in Silber, äh, in F... Ja, gehen wir sind für das Elends. Äh. Äh. Huch. Obwohl. Ah, schade, dass wir den Flugpunkt nicht haben, weil dann könnten wir hier so... Das ist ja doof. Guck mal, was haben wir hier denn? Das Sturm wird noch irgendwie wieder offen. Heldenaufruf. Gut. Achso. Ja, nee. Ähm. Scheiße, jetzt hab ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Wann haben wir angefangen? Viertel, ne? Äh. Ähm. Hm. Wie können wir da uns sinnvoll ziehen? Weil wir haben ja überhaupt gar keinen Flugpunkt da in die Richtung. Äh. Wenn ich nach... In die Scherbenwelt gehen würde. Per Shutrad-Portal. Ah, da muss ich ja von Shutrad... Könnte ich bloß wieder nach Sturmwind gehen. Das bringt ja auch nichts. Hm. Das ist alles nett so einfach. Wenn ich dann denken muss, dass man das früher... früher alles zu Fuß machen musste. Oh Gott, 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 oh Gott. So. Ähm. Dann gucken wir jetzt nochmal rein. Ach, warte mal. Da fällt mir gerade ein. Wir sollten den Sturmwind-Wams anlegen. Damit das Reiten billiger wird. Tsch. Seid gegrüßt. Ja, die besten Ideen. Morgens wacht könnten wir. Oder wir könnten ins Holzfällerlager. Gehen wir zum Holzfällerlager. Hm. Oder wir gehen erst mal in den Dungeon. Yay, in den Tempel, wo wir uns zu Tode kirchern können. Wenn wir wollen. Was führt euch hierher? Bin ich mal gespannt, wie weit wir hier leveltechnisch kommen. In dem Dungeon. Seid vorsichtig. So. Ola. Äh, ne Eguin-Gruppe. Fui. Schildi. Fokus. Ich brauche ein Ziel. Oder zwei. Yay. Leichtes Leder. Was macht er denn hier? Okay, er lässt aus. Okay. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Und was macht er nicht? Ich brauche ein Ziel. Du-du-du-du-du-du. Ein Milihunter, kein Milihunter, soo, Kirschnerei 93, das ist ja auch nix. Ach, siehst du, wir waren gar nicht im Sumpfland und haben geguckt, ob sie das mit dem Kirschnern-Leveln da gefixt haben. Ich brauche zwei Ziele. Hallo? Oh shit, cooldowns, Feuer, Damage. Oh, Teufelsaurier. Wieso kommt hier ein Teufelsaurier? Oh, den Kopf nicht vergessen. Den Kopf nicht vergessen. Okay. Okay. Hemmel. Oh, wieso ist der Dazed? Achso, von dem Gebäu wahrscheinlich. Ich kann das nicht angreifen. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Interface-Aktion fehlgeschlagen. Oh. Oh, die Drachenregen wird stärker und ausweichen. Pfui. Ich kann das nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Dann solltest du dich mal anstellen. Hallo? Okay. Was ist denn da schon wieder los? Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Ich bin da. Ja, ne, hier bin ich so weit. Cooldowns, Feuer, alles in volle Mörbe, volle Kanne, Bam. Ich habe kein Ziel. Piu. So. Muss ich jetzt hier nicht nur das Ei benutzen? Ich brauche ein Ziel. Ach, scheiß. Silence. Ich krieg das auch nicht rein. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich hab kein Ziel. Ein T-Shirt. Ich verstehe aber immer noch nicht wieso hier ein Teufelssaurier kommt. Das habe ich noch nicht so ganz. Das habe ich noch nicht so ganz nachvollziehen können. Weil es ein Dschungel ist oder was? Liegt das denn eher mit dem Typ zusammen wo man ist? Also wie sagt man? Ach scheiße. Ich habe kein Ziel. Mit. Aber nicht den Typ. Uh. Da geht doch jetzt ein Bedarf raus. Oh. Mittleres Leder. Oh. 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 Er hat wieder das schwarze Skin. What? Aber jetzt so schnell kaputt. Oh. Bam. Und. Okay. Zack. Zack. Wie darf ich helfen? Wie darf ich helfen? Schau mal. Schau mal. Eranikos. Und. Zack. Und. Level up. Gut. Und. Verlassen. Zack. 53. Mh. 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 Schaut mal die Questreihefe nicht mehr machen kann. Für die Essenz von Eranikos. Oh. Es wird nicht mehr unterbrochen. Okay. Hm. So. Next. So. Lass uns mal gucken. Ah ne halt. Skillbuch. Was kriegen wir denn als nächstes? 62 Tierbegleiter. Okay. War nicht 54 noch was? Hm. 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 Na ja. Was ist das? Treffsicherheit. Überleben. Mal gucken. Speck des Adlers. Geparden. Ist das genau das gleiche? Ja. Oh. Survival hat fallen. Okay. Freudentanz. Wf. Wf. Achso. Das haben wir ja auch. Aber uns ist das Freudenthaumel. Okay. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Was haben wir denn noch? Da haben wir noch Harpune. Ah. Das ist sehr egal. Ähm. Kriegsballwurf. Leuchtfeuer. Maulkorb. Was? Maulkorb? Ist das Silence oder was? Da bricht das Wirken von Zaubern. Okay. So. Was haben wir denn noch? Mungobyss. Ah. Der ist auch wieder da. Okay. Raptorstoß. Auch wieder da. Zerlegen. Oh. Was macht das denn? Ein weitreichender Angriff der allen Gegner vor euch. Oh. Das ist ein Cleave. Aha. Mhm. Das ist ja interessant. So. Wie sieht es mit meinem Begleiter aus? Das könnten wir vielleicht noch in die Leiste ziehen. Ah. Jetzt ist er sogar schon drin. Huch. Blindfisch.com. Äh. Passiv. 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 Spezialfähigkeit. Die kann er eigentlich selber machen. Außer wir müssen wirklich mal was machen. Letztes Gefecht. Oh. Das müssen wir von Hand machen. Okay. Ähm. 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 Ja. Die ist ja wahrscheinlich immer drin. Achso. Ja. Ne. Ist klar. Ähm. Okay. Passt. Passt. Passt.com. So. Ähm. Dann können wir uns hier noch den Flugpunkt im Dämmerwald holen. Und dann können wir von dort aus in. Ach. Können wir eigentlich schon. Können wir nicht schon in die. Welches Level hat die brennende Steppe? Verwieselten lande. 54. So ein Level. Brennende Steppe. Also. Füllt uns quasi ein volles Level. Und das werden wir in einem Dungeon nicht mehr schaffen. Weil wir da die Quests alle fertig haben. Ähm. Außer wir finden jetzt eine BRT Gruppe. Die da mal Quests macht. Und ich weiß gar nicht. Wie viele bringen die? 4000. Das ist auch nicht so dufte. Für eine Quest. Ruckel, ruckel, ruckel. Allah. Ähm. Ha. Hallo Astrid. O. Hallo. So. Okay. Dann mal auf in den Pass. Der Tod hinwände. Hm. Da müssten 55er Mops, glaube ich, sein, ne? Vielleicht sogar 56er? Die Spinnen, glaube ich. Die Arsgeier, die waren ja, glaube ich, bloß in Vanille. Ich glaube, die sind jetzt nicht mehr, oder? Nee, nur noch die Spinnen. 51 sogar bloß, na! Oh, Geister? What? Okay. Okay. Ruhelose Geister. Ein Himmelsschricken, die sind doch noch Geier. Okay. Hier sind doch noch Geier. Oh, vorsichtig. Vorsicht, dir. Die wollen doch nicht zu Tode stürzen. Immer noch sehr dark. Tod nur in Pass. So, warte mal, sind wir des Elends? Das ist, glaube ich, die erste Zone für Allianzspieler, wo sie eher so einen kleinen Affen kriegen könnten als Pet. Ist auch ein rarer Mob hier im westlichen Teil. Also, ich glaube, einer von den beiden. Ne, nicht Moos, der ist es denn hier. Gibt der Bananenhorter. Ja, genau, der ist da. Können wir mal gucken, ob der da ist. Wenn wir nicht vorher nach BRT gehen, ja. Okay. Wir sind nicht am Anfang. Fick. Okay, was war das? Wow, wow, wow. Ja, ne, der hat da, der hat da, ne? Aufgeräumt. Gut, dann gehen wir halt zum Imperator und haben mal wieder keine Quest erledigt. Sehr schön. Wo ist der Tank? Da. Fokus. Was? Wieso ist da überall viel, äh, vielseitigkeiten drauf? Das helft langsam. So, was haben wir da gekriegt? Stiefel mit Elf, 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 Quatt. Okay. Was? Oh, haben wir schon, okay. Haben wir schon. Uh. Uh. Uh, rare Mob. Panzor. Der Panzor. Was hat der eigentlich vom Buff da? Hat die Chance, Zauber zurückzuwerfen. Okay. Stein der Erde. Hm, schade. Sehr langweiliger Drop. So. Du, 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 du. Die Karmagier zuerst, weil die böse, möse Damage machen. Für an uns Slowbobs. So, jetzt bin ich mal in der Karmagier zuerst, weil die böse, möse Damage machen. Ich bin mal gespannt. Können wir unser, unser Vieh, da hinschicken? Ja. Okay, geht. Ich hab kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Nee, hm? Ich hab kein Ziel. Okay, so. Ich darf das jetzt nochmal folgen. Okay. Oh. Das müssen wir nochmal üben. So. Ruckel, ruckel, ruckel. Zehn Frames. Sehr schön. Ich kann dieses Ziel nicht anhalten. Ich brauche ein Ziel. Wie sie quietscht, wenn sie Zorn macht. Ich hab kein Ziel. Hm. Woah. Hallo. Ich hab kein Ziel. Ich hab kein Ziel. Ich hab kein Ziel. Ich hab kein Ziel. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Bam. So. Ach scheiße, wir hätten jetzt... Na gut, da wären wir eh nicht hingekommen, um diese MC-Quest zu machen. Ah, was haben wir hier? Kette. Ist ja doof. Und der Sky-Stab. Burp. Burpee derp. So. Naja, einfach wild reinlaufen und nicht vorher gucken, ist natürlich immer eine gute Idee. Jetzt brüschel den da. Huch. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Ich kann keiner looten, sehr schön. Kann ich auch wieder nicht looten. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Hm. Hm. Keine Musik, ja? Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass die Schwarzfels-Sachen eigentlich mal relativ interessante Musik hatten. Ich habe kein Ziel. Ja. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ach so. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Die erste, die wir looten können. Uh. Unser Healer hat hier ein bisschen zu kämpfen, glaube ich. Kann das sein? Ich brauche ein Ziel. Hm. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Let Oh, select card, oh f***, internet, internet ist da, ok, aber, VW will nicht, oh f***, come on, obwohl, ne, warte mal, vw hat kackt hier gerade auch rum, Jo, 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 sehr schön, sehr schön. Ja, das sieht nicht gut aus, 100 ms. Geht während des Kampfes nicht, ja. Ja, Campbefehl geht nicht, gut. Was sagt die Uhr, ja, gut, wir haben eigentlich auch eine halbe Stunde rum, ich würde sagen, dann beenden wir mal die Folge mit dem Problemchen hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge vielleicht wieder, bis dahin, Aja Snarf, bye, bye.